Der Herr ist mein Hirte. Immer sorgt er für mich. Er bringt mich auf saftige Weiden und lässt mich ruhen am frischen Wasser. Er gibt mir neue Kraft. Er führt mich, damit ich nicht irregehe. Auf ihn kann ich mich verlassen. Und selbst wenn es durch finstere Stuchten geht, ich habe keine Angst. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich und du führst mich. Auf meinen vielen Corona-Spaziergängen kam ich an einer Schafherde vorbei. Die waren alle eingesperrt im Stall und dazu noch eingezäunt. Und sofort musste ich an den Corona-Slogan denken, bleiben wir zu Hause. Ich muss eingestehen, es fällt mir nicht leicht, zu Hause zu bleiben. Denn mich frei bewegen zu können, mit Freunden zusammen zu sein, essen zu können, gemeinsam, vielleicht auch mal ein Museumsbesuch, ja, das ist alles nicht möglich. Und da fühle ich mich wie die Schafe eingezäunt und eingesperrt. Und fast stündlich horche ich den Stimmen des Radios und der Fernsehprogrammen und ich erwarte endlich eine Botschaft. Alles ist vorbei. Alles ist vorbei. Es wird gut. Ihr seid frei. Jetzt ist Geduld gefragt und zum Glück habe ich einen Glauben. Einen Glauben an einen guten Hirten, dessen Stimme ich kenne. Ich weiß und ich spüre, er ist bei mir. Auch wenn ich vielleicht im Stall eingesperrt bin, darf ich mich sicher fühlen. Behütet. Dieser Glaube, dieses Vertrauen, dass ich bald auf die große Weite weide darf, ohne Begrenzung. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, dass ich meinen Glauben und mein Vertrauen vertiefen darf. Dass ich lerne, meine Begrenztheit zu akzeptieren und dass ich trotzdem glaube, ich bin behütet. Das ist nicht das Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020